So, grüß euch. Ja, nachdem ich beim Case technisches Gebrechen habe, tue ich jetzt einfach beim Harvester weiter, dass der jetzt auf schnellstem Weg wieder einsatzbereit ist. Ich war gerade bei meinem Müll- und Teilehändler und habe mir die Teile geholt, die ich für einen Harvester bestellt habe. Auspuff nehmen wir jetzt den da. Wir haben sich gedacht, der Harvester hat einen Yammer-Motor mit 3,5 Liter Hubraum und 70 PS. Und nachdem haben wir einfach einen Auspuff jetzt bestellt. Der Topf ist von einem MF, Massi Ferguson, mit 80 PS und 4 Liter Hubraum, 4 Zoll an der Motor. Den haben wir einfach bestellt. Einfach noch wegen Hubraum und nicht allzu teuer. Denn der kommt jetzt dann außen wieder drauf, wie wir schon geredet haben. Den stecke ich aber außen. Der wird einfach nach außen verlegt. Und innen habe ich da ein Eigenbau-Krammerer schon vorbereitet. So, da jetzt einen heranen. Das ist wieder Eigenkreation. Das werde ich jetzt dann verschrauben. Die Dichtung habe ich schon eine neue. Und dann fahren wir da. Das kann ich noch ein bisschen anbieten. Darum ein flexibles Abgasrohr. Das ist mir auch von manchen von euch empfohlen worden. Ich habe das bis dato nicht gekannt. Ist scheinbar oder angeblich im Lkw-Bereich Standard. Nur halt ein größerer Durchmesser. Ist eine günstige Lösung. Das ist eigentlich viel hart. Das kann man mit Gewalt anbieten. Ich fahre jetzt einfach da dann her, so wie ich es brauche. Der Auspufftopf kommt dann außen drauf. Und da, das ist eh normal, steu. Da schweiß ich mir, stehe jetzt ein Flacheisen oder irgendwas hin. Irgendwas massives, da wo ich dann den Topf anschrauben kann. Der Vorteil ist dann, der Topf steht massiv angeschraubt herum und drauf. Und die Vibrationen kann dann das Rohr ein bisschen anfedern, weil es ja flexibel ist. Dass das nicht alles so stark ist. Darum haben wir das gemacht. Oder habe ich das jetzt so entschieden. Ja, was gibt es sonst noch? Öle und so habe ich schon getauscht. Habe ich eh schon erzählt. Die ganzen Schleich da tausche ich noch. Die habe ich auch schon alle neu getan. Also da habe ich jetzt einen Treibstoffschlauch. Dann kommt noch einmal zusätzlich ein kleiner Vorfilter rein. Das ist noch der Hydraulikölfilter. Und ein paar Auspuffscheine habe ich noch. Bei den Planeten muss ich noch die Öle tauschen. Grüß euch! Bei den Planeten muss ich noch die Öle tauschen. Und sonst, die Kabine habe ich mittlerweile ausgebogen. Da ist ja mal eine Baumhaufel gefallen gewesen. Die ist wieder ziemlich gerad. Das schaut wieder ziemlich gut aus. Da kommt oben eben eine Original-Glasscheibe wieder rein. Und dann kommt auch das Schutztach oben noch drüber. Und da hervorhin werde ich immer so ein Gitter drüber machen, dass eben das Glas auch noch geschützt ist. Einen, der Boden. Der war schon ein bisschen knusprig, weil ihm immer die Feuchtigkeit unter der Kombimaten dran gestanden ist. Das habe ich einfach ein bisschen angeschliffen. Rostanwandler drauf und jetzt eine Grundierung drauf. Das muss ausreichen. Und ja, die inkontinenten Sachen habe ich ihm auch ausgetrieben. Da habe ich noch ein Glück gehabt. Die Drehdurchführung ist Gott sei Dank nicht am dicht. Die ist nur leicht schwitzig, aber sie ruht nicht. Also das war wirklich ein Glücksfall. Es war nämlich nur, der Schlauch war nicht angeschraubt. Der war komplett locker. Und da herinnen, der Kleine da, der war, wir waren nur anbissen gewesen. Also da waren wirklich nur zwei, drei Gewindegänge drauf. Also ich habe da nie was geschraubt. Ich glaube auch der Franz, mein Vorgänger, jetzt nicht. Zumindest nicht wissentlich. Ich kann es euch nicht erklären, warum die Schlauch so locker waren. Auf alle Fälle, die waren schuld, dass er der Kraner ist. Auf alle Fälle, das schaut alles gut aus. Er ist ziemlich dicht. Also da bin ich eigentlich jetzt recht zufrieden. Ja, sonst so einen Haufen mal die Kabinen bin ich gerade rauszureißen. Das, was schon lange angezwickt ist. Da hier vorne waren so Schutzgitter oben. Und so die Scheinwerfer da. Die werde ich auch ersetzen durch ordentliche Lädscheinwerfer, weil ich glaube, wenn die hier richtig gut leichten, das ist auch nicht schlecht. Und am Dach montiere ich halt dann wieder sechs, acht oder zehn Scheinwerfer. Das muss ich mir erst überlegen. Die Tür habe ich auch den Plexiglosschein ausgerissen. Der Scheibenrahmen ist schon beschädigt. Also ich habe die grausige Tapezierung hier oben gerissen. Ich habe den Kleber oben gereicht und mit dem Hochdruckreiniger gewaschen. Aber ich glaube, original Schein werde ich da nicht mehr reinkriegen, ohne dass ich da die Tür aufwändig restauriere. Ich glaube, das tue ich mir aber nicht an. Da werde ich mir wieder Plexiglosschein einmachen. Ich muss schauen, wie man das schneiden kann. Weil wenn es nämlich innen schön einschneidet, wirklich an der Kontur entlang, das dann von Kleb, dann schaut das auch gut aus. Und er erfüllt auch seinen Zweck. Weil er so, da seht man es auch. Die hat vermutlich da mal einen Treffer gehabt. Man könnte es versuchen zum Ausbiegen. Aber dann muss ich das G'schloss wieder oben schneiden. Und das geht eigentlich recht gut. Von außen schaut es normal aus. Darum, wenn ich ihm da auf der einen Seite einfach eine Scheibe reinklebe und ein paar Mal verschraube, dann tut es sich genau so. Er erfüllt seinen Zweck. Ja, sonst, Motorhaum haben wir auch, glaube ich, schon geredet. Da bin ich schon beim Basteln. Da habe ich mir schon einen Rahmen zusammengeschoben. Die ist jetzt gerade bei einem Ex-Kollegen von mir. Der hat eine Schlosserei in der Nachbargemeinde. Der schneidet mir normalerweise ein Blech raus. Das, was in den Rahmen, was ich zusammengebastelt habe, reingepasst. Da werden gleich die ganze Haume aufgebracht. Da tut er sich leichter mit dem Messen. Bevor dass ich da wieder irgendeine Kartonschablone bastelte, wo dann noch eh nichts gepasst wird. So, ich habe mir jetzt eine Stücke von dem flexiblen Auspuffräer runtergeschnitten. Ich habe das jetzt auch schon mal ein bisschen probemontiert. Schaut jetzt so aus. Also meine Eigenbau-Flansch ist auf alle Fälle dicht. Da werden eine neue Dichtung hinein. Das funktioniert auch ganz gut mit dem Rohr. Und das macht sich wirklich gut. Der Plan ist jetzt so, dass ich... Also das Rohr ist jetzt natürlich viel zu lang. Das werde ich irgendwo da kappen. Und dann kommt entweder eine Auspuffklappe auf. Oder einfach so ein Bogen. Einen Bogen hätte ich sogar noch daheim. Da muss ich dann schauen. Da wäre ein Klappen auch nicht so deppert. Und da bin ich gerade beim Tüfteln. Aber ich finde gerade nichts. Da werde ich mir morgen ein Flacheisen besorgen. Ich schaue es jetzt einfach wahrscheinlich auf der Hinterseite oder seitlich. Ich weiß es nicht. Das muss ich einfach hinhalten. Da kommt der Flacheisen einfach her. Egal wo. Oder vielleicht zu der Kabine zogen. Und mit zwei. Der Topf hat 115 mm Durchmesser. Da kommen zwei Rohrschäuen darüber. Und dann den Flacheisen. Das werde ich dann ein bisschen absteifen, dass das wirklich massiv ist. Dann werde ich die Rohrschäuen mit dem Flacheisen verschrauben. Dann ist das eine super Sache. Probegestatt habe ich gerade. Schaut ganz gut aus. Ist schön leise. Wie gesagt, der Topf ist von Masse Ferguson. 80 PS 4 Liter Hubraum. Der passt sicher vom Rückstau ganz gut zu deinem Motor. Das hängt jetzt nur so dran. Ist auch nichts angeschrauft. Aber ich denke, das ist eine ganz kompakte und einfache Lösung. Ob das von der Hitzeentwicklung, der Heckscheiben, dann alles taugt. Das weiß ich nicht. Ist mir aber jetzt auch egal. War ja vorher auch so. Und hat funktioniert. Darum wird es nicht so schlimm sein. Wichtig ist, dass ich da im Motorraum die Hitze weiter habe. Vielleicht wickelt ich das sogar noch ein. Das gibt ja so, wie man es auf die Motorräder, auf die Halles oft zeigt, so ein Hitzeschutz-Bandl. Also so ein Wickel-Bandl, was man noch an dem tragen kann. Aber das wäre dann vielleicht schon ganz übertrieben. Das muss nicht sein. Wenn der Topf weg ist, dann werden wir die meiste Hitze eh schon weggebracht haben. Ja, das werde ich alles ein bisschen neu machen, ein bisschen schöner machen. Und bei der Motorraum, das High-End-Produkt wird es auch nicht. Aber ich habe mir Mühe gegeben, dass es gut ausschaut. Ich werde es dann einfach in Grau oder Rot lackieren. Ich weiß nicht, was ich mache. Wenn es in Feuerrot, wie eigentlich die Maschinen war ja einmal Rot, wenn es in so einer Rotlack hier ist, das schaut dann vielleicht ganz extrem aus. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Vielleicht mache ich es einfach Grau, wie der Rest vom Heckgewicht. Aber das zeigt mir dann, das ist das kleinste Problem. So, wieder nächster Tag. Gestern war noch mein guter Freund da. Der Elektriker. Da haben wir einmal alles durchgegangen an der Maschine von Kabelung. Wetterbericht hat er recht gehabt. Schlechtes Wetter. Aber es passt jetzt sehr gut. Es ist nicht kalt. Es ist Windstart. Daher kann ich ihn schön anwarten. Also, wir haben das gestern, die ganzen nachträglich einbauten Kabeln, haben wir gestern ausgerissen und angezwickt. Wir bauen, oder mein guter Freund, der Daniel, baut das alles zurück auf Originalverkabelung, wie das damals war oder wie sich das damals wieder ausgetaucht hat. Da sind wir schon darauf gekommen, warum die Dachschneiwerfer, Kabeln und so, also das ist ja nicht mehr hergenommen worden. Das kommt von dem, weil der ganze Kabelstrang, der was da in Dormlein reingegangen ist, abgerissen war. Da ziehen wir überall neue Kabel rein, weil da heran, das zeige ich euch auch noch, da heran ist der Spannungswandler. Der wandelt von 12 auf 24 Volt. Das heißt, die Maschine, der Harvester selber, also der Bagger, die Grundmaschine ist 12 Volt. Das Harvesterzeug braucht 24 Volt. Und die Relais sind rein für die Dachschneiwerfer. Da waren original 8 Stück Halogen-Scheinwerfer am Dach. Dann da war einer. Dann links und rechts an der Maschine. Und vorne am Arm. Das wird alles wieder so einbaut. Da kommen jetzt auch LED 48 Watt Scheinwerfer rein. Im Prinzip kommen ... Da schaut es jetzt auch schon gut aus. Die Scheinwerfer, die waren drauf. Die montieren wir jetzt doch wieder, weil wir gesagt haben, die haben sicher nicht schlecht gereicht, weil der Kabelgewehrschneifel zu klein war, da was das Dach aufgegangen ist. Und ich habe einen ähnlichen Scheinwerfer sogar daheim. Jetzt sind ... also fast ... der schaut optisch baugleich aus, ist nur ein anderer Hersteller. Also die kommen alle wieder aufs Dach. Die Dachkonsole, die schwarzen wir heute gemeinsam in deinem Video. Die bauen wir heute. Dann ... da haben wir dieselben Scheinwerfer wie am Dach. Die kommen da rein. Einmal da und einmal da. Das geht sich eigentlich recht schnell aus. Dann der da. Der Halter ist seitensverkehrt montiert. Der wird wieder richtig montiert. Und da kommt auch so ein Scheinwerfer hin. Und die Zuleitung in den Arm rein ist noch da. Also das Kabel war die Originalzuleitung durch den Arm durch. Da her. Da muss ich mir noch so eine Konsolen, so ein Scheinwerfer-Konsolen zusammenbauen. Eine schwere. Da baue ich irgendwas ganz was übertriebenes, massives. Weil dann kommt da auch der Scheinwerfer wieder rein, dass man ein Licht auf dem Aggregat hat. Ob ich die ganzen Lichter brauche, ist jetzt dahingestellt. Vielleicht wird sich das rauszustellen. Gut, dann fangen wir da jetzt an. Das habt ihr jetzt auch gesehen. Mit meinem Auspuff. Das habe ich euch eh schon gezeigt. Da bauen wir dann heute auch noch die Auspuff-Halterung. Die ganzen Schläuche, dass ich die ganze von der Treibstoff-Geschichte, die Schleiche habe ich auch schon alle da. Das können wir auch mal in Ruhe machen. Ja, also im Prinzip da hinten sind wir fast durch. Da haben wir noch einen Vorfilter rein. Vom Tank, von der Saugleitung. Ich möchte nur einen zusätzlichen Filter einbauen, als Sicherheit. Weil wir eben doch einmal im Wald tanken. Und wenn in die kleinen Pumpen Nadel rein kommen, dann steht es. Und das ist ein Scheiß. Also das ist schon so gewesen. Das hat mir mein Vorbesitzer schon gesagt. Und das lässt sich auch nicht vermeiden. Der Tank, da ist ein Sieben alles dran. Aber durch das im Wald einfach tanken, kommt einfach der Reg rein. Und so ein Vorfilter, der kostet 2 Euro oder 3 Euro. Dann bauen wir da jetzt einfach rein. Das Dach habe ich eigentlich ganz gut ausprobiert. Es schaut von der Form her wieder ganz normal aus. Finde ich, dass ich das ganz gut hingekriegt habe. Weil es war doch extrem eindrückt. Und ja, hundertprozentig wird es nicht mehr. Aber das glaube ich wird gut gepasst werden. Auf der Hinterseite traue ich mich nicht. Da hat sich noch die zwei Dänen dran. Da hätte ich schon mit dem großen Hammer dagegen gehauen. Da habe ich aber auch Angst, dass ich durch die Schläge die hintere Scheiben zahle. Und das riskieren wir lieber nicht. Die zwei da hinten bleiben dran. Oder vielleicht schraube ich mir ein Schweiß Flacheisen drüber, weil ich eh irgendwo dann mal zweites Schutztag montieren muss. Das zeigen wir jetzt dann. Das wird im Laufe des Tages entstehen, wie ich das mache. Der Joystick-Rand auch noch ein bisschen. Dadurch ist die Armleine total unter Öl. Da habe ich zuerst einen Dichtsatz bestellt. Den werde ich dann auch in einem von den nächsten Videos einmal zerlegen. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe mir das gerade erklären lassen, wie es ungefähr funktioniert. Das werde ich schon zusammenbringen. Der Lüfter. Der Lüfter ist original mit einem Relais und mit einem Thermoschalter. Das heißt, wenn der Thermoschalter sagt, ich habe mehr wie... Ich weiß nicht, wie der geschaltet ist. Ich denke mal auf 50, 60 Grad wird der gehen. Der Schalter sagt, ein Relais schaltet den Lüfter ein. Das Relais waren wir hier. Das war selber zum Einschalten gemacht. Ich will aber, dass das alles wieder so ist, wie es gehört. Das wird alles auf original zurückgebaut. Da kommen jetzt auf der Seite herinnen die ganzen überschüssigen Kabeln. Da hat mein Freund gestern auch schon alles rausgezwickt da herinnen. Das was dazu gebaut worden ist. Da haben wir noch ein KW, das noch keiner weiß, für was zuständig ist. Das kommt ziemlich sicher weg. Das war auch sicher keine Originalleitung. Der Rest, was original war, wird wieder original zurückgebaut. Da kommt ein neues Relais rein. Eine neue Stromzuleitung. Und dann wird der Lüfter einfach selbstständig mit dem Thermostat ein- und ausschalten, wenn er ihn braucht und wenn er ihn nicht braucht. Mein Motorhaus werde ich die Woche auch noch montieren, wenn es nicht zeitlich ausgeht. Und dann ganz zum Schluss, wenn wir komplett fertig sind, werde ich dann das Planierschulten in Angriff nehmen. Da habe ich jetzt auch beschlossen, ich mache es selber, nachdem ich eh alles selber mache oder fast alles selber mache. Als Elektrische kann ich nicht. Da helfe mein Freund, der Daniel. Und das werden wir zum Schluss in Angriff nehmen, weil es relativ schief aufgeschwarzt ist. Ich möchte, dass das wieder gerade ist, dass man wieder einmal gerade etwas anplanieren kann oder anschieben. Wenn wir beispielsweise einen Flurshop machen, dass man einfach eine Strasse gerade anschieben kann. Da werde ich, das haben wir gestern auch schon durchdiskutiert, wie wir das machen. Ich werde es auf einer Seite aufschneiden, auf der Seite, wo es am Wildern ausschaut. Nicht komplett anschneiden, sondern aufschneiden. Dann werde ich, wie man da jetzt zeigt, da steht es in der Luft, da steht ein Baum auf. Dann werde ich auf der Seite eine Holzbacke oder etwas drunter legen und dann drücke ich einmal mit Gewalt nieder. Und das tue ich so lange, bis dass es gerade ist, bis dass es sich ausgebogen hat. Dann werde ich den Spalt wieder verschließen. Ich glaube, da ist sogar ein schöner geschwarzt. Dann werden wir es auf der anderen Seite machen. Dann werde ich es wieder verschwarzen. Die Liegartenflacheisen kommen runter. Die werden stehen jetzt aufgeschwarzt. Weil Liegarten ergibt das nicht so direkt einen Sinn. Zumindest für mich nicht. Und dann werde ich ihn da auf der Unterseite, da unter der Halterung quer, eine Risse. Ich werde es versuchen dann massiv zu verstärken. Ich werde ihn flacheisen oder ich lasse mir etwas kanten. Das muss ich mir erst anschauen. Ich werde ihn einfach an die geschwarzen stellen. Ich werde es massiv verstärken. Da werde ich ihm überall einen Haufen Eisen drüber geschwarzen. So, dass das wirklich nach meiner Meinung nach dann nicht mehr anreist. Weil das ist schon wichtig. Nachdem der kleine Harwester keinen Hangausgleich nicht hat. Und unser Hangausgleich das Planierschuld ist. Wenn man da wirklich relativ steil wird. Und man steht, wenn das Schild komplett unten ist. Ich glaube in manchen Videos hat man es schon gesagt. Man steht ja nur, in Wahrheit steht man mit dem kompletten Gewicht auf dem Schild drauf. Und vorne steht er gerade noch punktuell ein bisschen auf der Kinn. Und wenn man dann noch 9 Meter mit dem armen Dani fährt. Das schuld, das schaut wild aus. Das birgt sich gescheit her. Also das ist wirklich eine brutale Belastung. Und das ist mir einfach zu gefährlich. Wenn ich das jetzt nicht verstärke oder wenn ich es einfach so los. Irgendwann reißt das wieder an, so wie es jetzt ist. Das ist mir einfach zu gefährlich. Ich möchte nicht wissen, was da passieren kann. Wenn du da hinten mit dem Laufwerk 1,5 Meter in der Luft bist. Und nimmst du von mir aus 9 Meter hin gerade einen Baum. Und dann reißt das an. Da zieht es einem sicher mehrere. Da hast du dann sicher einen riesen Schaden. Darum gehört das massiv verstärkt. Da werde ich... Da werde ich meinen Haufen Eisen drüber basteln. So starke Flacheisen hätte ich sogar nicht nach Hause. Dicken ist sogar wie die. Die könnte ich ihm da überall ein wenig dran schwarzen. Auf alle Fälle lieber eins mehr als eins Zweck. Und... Vielleicht baue ich ihm da nur mal eine Verstrebung rein. Weil das da schon so verbrungen ist. Oder ich schneide ihm das aus. Das lässt man zubekommen. Auf alle Fälle gehört es... Ähm... Massiv gemacht. Und... Ich habe doch vor, dass die Maschine... Das ist ja brutal aufwändig und sehr kostenintensiv. Was ich da gerade mache. Und daran möchte ich auch, dass das alles gescheit gemacht ist. Und dass es wirklich ein paar Jahre gut geht. Also ich habe jetzt nicht vor, dass ich mir in absehbarer Zeit da irgendwie eine andere Maschine kaufe. Ähm... Habe ich auch noch nie gesagt. Falls das schon wieder einmal vermuten. Wann... Wenn denn so sein soll... Dann vielleicht einmal einen größeren dazu. Aber den kleinen gebe ich sowieso nicht her. Weil das ist ein richtiger Geschick. Die kleine Maschine. Und ich denke, wenn der jetzt mal durchrepariert ist. Dann habe ich auch noch... Habe ich auch noch ein paar Jahre Freude damit. Und haben kann es auch mal wieder was ich mal gezeigt. Beim Traktor, der ist neu. Hat jetzt auch einen technischen Defekt. Darum... Jedenfalls... Ähm... Wenn ich da jetzt dann durch bin. Dann... wird mir wahrscheinlich ein Hydraulikschlauch nach dem anderen verlassen. Weil die einfach fertig sind. Ähm... Und so Kleinigkeiten kann es aber wieder geben. Hydraulikschläuche. Bin ich gerade auf der Suche nach einer gebrauchten Hydraulikschlauchpresse. Ich habe mir jetzt schon öfters einen machen lassen. Ähm... Das interessiert mich überhaupt nicht. Da... Nachdem ich ein bisschen weiß, was Hydraulikschläuche im Meter war gekostet. Und was mir dann oft zahlt. Ich habe es nicht einmal beim selber pressen lassen. Ich fahre ein wenig am Adam. Das... Da tue ich nicht mehr mit. Ich kaufe mir eine Schlauchpresse. Und werde mir in Zukunft meine Schleich selber herstellen. Weil... Die Schlauchpressen kosten bei eBay Kleinzeigen. Die einfachen, die mobilen, die kosten irgendwo gebraucht. 1500 Euro in etwa. Da hätte ich mir mittlerweile schon leicht eine kaufen können. Und... Wenn ich die leichter alle durchwechsel. Die meisten sind wahrscheinlich noch original. Und die sind einfach alt und fertig. Allein beim Aggregatfahren dran. Die schauen echt schlimm schon aus. Wie es halt ist, wenn etwas alt wird. Und... Wenn ich die alle machen lasse. Da kann ich mir wahrscheinlich eine professionelle Schlauchpresse um das Geld kaufen. Aber ich möchte eine mobile. Dass ich auch einmal kurz im Wald draußen oder so einen Schlauch richten kann. Und... Da werden wir mal schauen. Ich will gleich zeigen. Hier ist einmal wieder was dran. Ich brauche halt gleich ein Set. Da wo gleich Pressarmaturen und Schleich dabei sind. Da gibt es auch neue Sätze. Aber da bin ich relativ unerfahren auf denen. Das... Das ist nicht mein Gebiet. Da... Habe wiederum auch einen Freund. Der kennt sich aus. Bei so einer Technik. Und der schaut mir da jetzt auch ein bisschen... Wo wir nicht eine... Wenn er eine gute gebrauchte Liste hat. Wo er sagt, hey die ist einfach. Die ist gut. Die kannst... Mit der kannst du sicher leicht und schnell umgehen. Und die kannst du am Wald mitnehmen. Dann werden wir es eh sagen. Wann von euch. Wer sowas hat oder weiß. Oder weiter haben möchte. Weil ihr es eh nicht hernimmt. Könnt ihr euch gerne melden. Schreibt zur Privatnachricht. Ähm... Ich glaube. Da geht auch so eine ganz einfache von Packern. Das ist ja ganz eine primitive mit der Handbombe. Die haben... Die habe ich mir sagen lassen. Die wird ganz gerne mitgenommen. Ähm... Von so Montage... Also von so Servicefirmen. Wie so eine mobile von Packern. Ganz gerne hergenommen. Das wollte ich damit sagen. Da kann man nämlich wirklich... Die sind recht leicht. Und da kann man auch mal... Wenn es meistens... Meistens zerreißt das ja eh. Irgendwo nach der Verpressung. Und... Da kann man dann einfach auch mal einen Schlauch nicht ausbauen. Einfach... Direkt an der Maschine... Schlauch abgeschniehen. Und... Direkt... Im montierten Zustand eigentlich. Also wenn der Schlauch auf der anderen Seite noch dran ist... Kann man dann oft nachpressen. Da wäre eben die mobile Presse der Wahnsinn. Und darum wird es auch sowas werden. Ja... Ja... Gut... Viertelstand wieder geredet. Jetzt... Jetzt greifen wir an. Sonst rennt mir der Dock davon. So...